Mit der Bucket-API ist auch sehr sehr angenehm zu arbeiten Was meinst du, das ist eigentlich wahrscheinlich, dass am 21. Weltende geht oder dass bis zum 21. die Mod-API rauskommt? Uh, was wahrscheinlich ist Ja Hast du noch meinen Ring? Ich würd mich da eigentlich nicht gar nicht festlegen wollen Brauchst du noch den Ring? Ja, ich hab den Ring noch Nein Schmeißt's mal her Haben Mit dem... der Fuel Äh, der Fuel Ähm Ja Ich auch mein Fliege-Pack wieder Da sind vier Stück drin oder... ja Such dir eins aus Na, weg mit dem Müll Wird schon einer sortieren Genau Denk ich mir auch immer Ich denk mir einfach immer so, ich bin nächstes Mal nicht dabei Das hält mich daran, wie ich in der Arena immer hinter ihm herräumen muss wie ne Putzfrau, weil er zu unfähig ist, die Kisten richtig zu beladen Würde ich das jetzt auch nicht ausdrücken Ja, was ist denn sonst für'n Grund, dass du ein bisschen dumm bist manchmal Ja Ich muss noch beleidigen würden Ja, Yaki weiß sich nicht anders zu helfen Ja, ich muss meine eigene Unfähigkeit damit kompensieren, dass ich euch beleidige, ihr Affen So sieht's aus Nix hast du kannst mal ein bisschen Müll einsammeln gehen Wenn du jetzt hoch gehst, so über diese Tröppe und dann einfach rechts abbiegst, statt nach oben zu gehen Ich baue grad So Ja Ich glaube, dass du bist unbeschäftigt Haben wir noch irgendwo Glasfiber-Kabel? Glaube nicht Also bestimmt irgendwo Hm Wollen wir eigentlich erwähnen, dass wir heute vielleicht sogar noch unser 100-Abonnenten-Special machen wollen? Ja, es wird Zeit Ja Ja Und wenn ihr das hier jetzt seht, dann haben wir das wahrscheinlich schon getan Vielleicht Äußerst wahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich Ich hab mir überlegt, ich schlaf heute auch wieder nicht Gut, wir brauchen den Schlaf Dafür überbewertet Dafür überbewertet Haben wir zufällig irgendeinen Timer schon über? Ja Den bräuchte ich, bitte Kannst du hier abholen Was ist das über? Wo? Ähm, im Lager Exaktor In der Kiste Hier in der Kiste Hier oben liegen Da Über mir Hast es Willst du den Schalter hinhaben, zum Ende los machen? Gute Frage Am besten die Ordnung macht Egal, sag mir einfach wohin und... Egal, sag mir einfach wohin und... Ja, der Schalter ist das allerkleinste Problem Schließ den am besten mit... Ja, so bin ich hier ohne zu weit, dass ich ihn anschließen kann Schließ den mit einem Receiver oder sowas an Transiver Wie komm ich denn da jetzt wieder rein? Ja, okay, weißt du was ich gerade interessanter sehe? Nein IPL, äh... Day 3 Moskau 5 vs. Subublaze Und Alexic Hat ein API Mitte Der Typ hat doch eindeutig eindeutig eine Waffe Warum müssen Leute denn sowas immer... Halt die Klappe, Riki Dann halt du doch die Klappe mit diesem Tricks-Spiel Nein, das ist ein Spiel, was Millionen Menschen spielen und Spaß dabei haben Nur weil du irgendwie zu dumm dazu offensichtlich bist, musst du nicht immer ein Spiel schlecht machen Das Spiel ist einfach scheiße Nein, wenn es scheiße wäre, würden sich viele Leute spielen offensichtlich, oder? Doch So, Minecraft klappt doch auch ganz gut Ja, und das Spiel ist auch scheiße eigentlich, wenn man ehrlich ist Ja, scheinbar Deswegen spielst du es ja auch Richtig So, auf jeden Fall, Blacky zum Thema Künstlich gut, dass er sowas spielt, weil das animiert wieder irgendwelche Idioten, das man hier spielen Und dann sagen zu müssen, ja, aber der hat das auch gespielt, ja, aber der hat's auch drauf Ja, aber die... Aleksic spielt immer merkwürdige Piks, also so Eve on...Eve in Mitte...Eve in Mitte...Eve in Mitte oder Singi in Mitte hat er auch schon gespielt Er ist sowas wie quasi...Singi, der auch immer irgendwelche...Singi Special Tactics durchführt Ja, genau, wollt grad sagen, Singi ist der Stratege Ja, aber Singi spielt hier auch Kartos schon Ja, der spielt aber auch Kartos, äh, 3-Lane-Bot, äh, ja, 3-Lane-Bot Wirklich, ne? Ja, das ist... Ja, wieso, du spielst ja mittlerweile auch, also hör auf zu lügen, ne? Ja, aber ich höre den ganzen Dreck nicht an Das ist echt...nervig Nur nervig, wenn man keine Ahnung mehr Oh, ich hasse Iron Transport, das hat man in die Fresse, ey Ja, und so siehst du aus Das hate schon wieder Ja, 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 wenn er mir auf den Sack gehen muss, dann tut's mir leid Wer fängt denn an? Du, du fängst an Ja, genau Jetzt nur, hast du tatsächlich angefangen Mit solchen tollen Spielen hab ich angefangen, ja Ja, du hast angefangen rum zu flamen, das ist das Problem Ganz ruhig, Kinder Naja, das ist normal Hab ich irgendwo Holz? Das geht immer manchmal so ab Wo ist die Holzkiste? Beim Lager Oh, Mängel, Alter Wo soll's denn sonst sein? Ja, Junge, ich lauf hier halt seit zwei Minuten und hab das scheiß Lager rum Links Das ist groß genug, um da zwei Minuten rumzulaufen eigentlich Also, Zebra Doch Weil das ganze total schuldig ist mit Schildern Wie altmodisch Dafür gibt's doch mittlerweile Bilder werden Nein Ich weiß Gibt's doch was? Nein, das macht ja hier so'n scheiß Krach Ja Diese Kacke Oben, die Ding ist scheiße Ja Klack, 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 klack Okay, was machst du eigentlich? Alle sind irgendwie beschäftigt, nur du ja nicht Wahrscheinlich guckst du gerade nebenbei irgendwelche YouTube-Videos oder so Obwohl, nee, du bist ja on-screen Pech Hä? Das bin ich, bin ich nicht für on-screen Was? Machen wir kein Bild im Bild mehr mittlerweile? Nein Ich verlang nicht mehr Ja Seitdem, dass ich meinen Rechner aufgesetzt habe Machen wir kein Bild im Bild mehr Das wusste ich gar nicht Jetzt mal sehen, wie aktiv ich unsere eigene Serie gucke Ähm Ja, du bist ja auch live dabei Ja, du bist ja auch live dabei, eh Ja, hast ja recht Ich bleibe eigentlich dann akkrieg mir so'n scheiß auch nicht an Die Video vollständig Ja, du musst ja Kartoffeln schälen den ganzen Tag Nein, im Teil, dass es morgen werden keine Kartoffeln verbrauchen Immer diese, immer diese Flamerei hier Das ist unglaublich Komm, fängt man an, sich wieder normal zu unterhalten Flam, 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 flam Ja, ja, das ist das beste, was wir können Ey, wie geht's dir? Ach, halt doch deine Schnauze Natürlich, wenn du wirklich und sowas fragen würdest, würde ich auch so reagieren, natürlich Bei ihm kommt das so nichts Ah, klar Du bist so ein netter Mensch Ach, halt doch deine Fresse Ach, halt doch deine Fresse Ja, siehst du, siehst du, siehst du Das ist schlussausam, Alter Das sind dreiste Lügen, Alter, die hier verbreitet werden Äh, dieses Oh, bist du nett? Halt die Schnauze Am Arsch So Ich glaube, ich muss mein Minecraft neu starten Oder irgendwas macht ihr grad da mit meinem Client lag Bei mir hat's eben auch lag Würde ich jetzt nicht so behaupten, dass ich's bin Weil mir ehrlich liegt's daran, dass ich hier die ganze Klack 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 Piu Piu Klack 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 Piu Piu macht Irgendwer, ich weiß auch nicht Nein Ich hab auch zwei Lapppacks leer geschossen, jetzt muss ich mal aufladen gehen Wieso sind die Bricks drin und dort? Wieso sind die Bricks drin und dort? Das frage ich mich auch, Alter Welcher Versager war das denn? Ja, der Charging Bench Der läuft grad seinen Lachbund zu spüren musste Ist so unfähig, ne? Michi war's Sag mal, Ricky, bist du eigentlich blond? Ähm, nein Nein Dann kann ich die Ausnahmsweise bestätigen Ich bin blond Scheiße Du bist blöd, Männich Du bist blöd, Männich Feind blöd mit P Ja Wobei, man muss so beschreiben, wie Blacky's getan hat bei seiner Freundin Er hat ne Platze, der Wichser, ey, von wegen Messer Ich krieg alles mit Blacky, du kleiner Stricher, ey Ich weiß doch Das hast du mir schonmal vorgehalten Ja Arschloch, Ernest Wenn das aber die Wahrheit ist Es ist nicht die Wahrheit, Alter Ja, wie du ne Platte hast Ach, du bist so bescheuert, ey Ja, siehste, schon ne erste Einschränkung, Alter Ja, ja, ich hab doch auch ne, eigentlich zu ihr gesagt, hab ne angehende Platte Ja, 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 ich hab schon ihr eines gehört, Pixer Äh, diese Freundlichkeiten Hätt die Schnurz Ähm, Michi, äh, Xass Hast du noch Tubes? Äh, ja Ich musste gerade, ich wollte gerade, äh, Rikis Wildlife-Namen sagen, aber ich weiß den nicht mehr Ja Osten war's nicht Torm Ich weiß den echten Namen Ich weiß, dass der andere Stratt heißt, aber Ach, das bist du ja Ach, das bist du ja Ich bin auch der Einzige, der alle von euch persönlich kennt Ja, Beileid Ja, das stimmt Mein Beileid Ja, ich weiß noch nicht, ob das positiv ist, ich wollte es noch mal erwähnt haben Ähm Ich musste euch beiden die Nintendo ertragen, naja, das war echt grausam, ja Was? Ja, erst kam Michi hier vorbei mit seiner Freundin, danach kam Blacky hier vorbei, einfach so Ja Dann musste ich meine Wohnung distanzieren, ne, das war echt anstrengend, ne Fein, ich kam gleich einmal bei Ja Ja, für mich eine Festplatte wird's animu drauf Ach, ne, ich meine, was, äh Beim Rückweg Da kam ich nochmal bei mir vorbei Jetzt guck mich mal raus Jetzt guck mich mal raus Quasi beim rein und raus hier kam ich zu einem, achso Ja Ja Achso So sieht's aus War gar nicht schlimm, ich dachte Ähm Eigentlich schon, aber Na, ich weiß auch nicht Ich hab hier mal ein paar Glas Sachen kaputt gemacht, ist das in Ordnung, oder? Ja, ist in Ordnung, danke Ist viel in der Arena mit Michi, einfach alles kaputt machen Einfach okay sagen und sich denken, na toll, jetzt hab ich noch mehr Arbeit Aber weißt du, wenn man lang genug mit dem Zusammenspiel hat, dann hat man sich daran gewöhnt, dass man immer extra Arbeit hat, das ist völlig in Ordnung Ich hab gar keine Ahnung mehr, was ich hier bauen wollte, aber ich mach einfach weiter Ja, gut, Leute, dann macht mal die Tubes an Ah, ne, noch nicht, aber gleich Ja, ja, ja Ja, ja, ja Weißt du noch, als wir angefangen haben, da hatte der Riki immer jeden Kleinigkeit, den er gebastelt hat, erklärt und so Ja, da muss man dann das hinlegen und dies und hier und da Ja, aber da sind wir schon weit drüber hinaus Ja Ich glaube, mit Folge 80 oder sowas damit aufgehört, oder? Ja, früher schon Keine Ahnung Ach, Mist, zum Besten Ja, ich alles repell Machen wir hier was anders Ja, ja Auf den Spawner Übrigens, wir haben hier den Entwickler des sogenannten X-Repeller, ja Weil X steht ja für X-Haus Ja Kreativität Menschen Also sollte man irgendwann mal irgendeinen Minecraft-Mod finden, der mit einem X vorgestellt ist, ist es wahrscheinlich Nein Außer X-Warp nicht Außer X-Warp, ja Lass mich doch mal ausreden vielleicht, wer ist denn da mit zur Abwechslung? Nein Was kommt's hin, Alter Es gibt doch noch ein paar andere, die mit X anfangen und nicht von ihm sind Okay, dann erzähl ich mal von deinem Plug-in, was du gemacht hast Hier im Black-Biome Hast du eigentlich mittlerweile weitergearbeitet? Noch nicht Warum nicht? Sag nicht, du hast keine Zeit, dann lach ich Keine Zeit? Die Dinger an dir rumspielen, dann hast du noch mehr Zeit Aber, 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 hier... Ich muss doch Nee, ähm... Du musst dich jeden Morgen weiter wegkloppen, wie du hast Oh... Oh... Eie... Nee, das ist nicht ganz so einfach bis jetzt Ich hab schon ein paar Überlegungen, aber... Noch nicht zu richtige Motivation gehabt Könntest du dir auch noch erklären, was das Black-Biome überhaupt ist? Das Black-Biome ist ein, äh... Plug-in zur Änderung... Des Biomes Von einer ausgewählten, äh... Gibi Aktuell noch mit einem Apfel Genau Ich will nicht, äh... Scrap-Produktion ist echt lahm Was denn? Wo bist du denn überhaupt? In der Scrap... Ähm... Scrap-Puffer Scrap-Produziert sich halt nicht allzu schnell Dabei hast du schon irgendwie so viel Gibt's schon irgendwo einen Schalter, um den hier anzumachen? Nee Dann macht das mal bitte Die haben noch nicht mal ein Signal angeschlossen Ja, dann mach ich eins Gib den halt... Ach... 1.000... 3.000... Okay Ich nenn's mal... S... Äh... Scrap... Warten Irgendwas leckt hier tierisch Ja, ich weiß auch nicht warum Äh... Es kann sein wegen hier, weil ich hier die ganze Zeit le- äh... Steine... Eher wegen seiner Schaltung, die oben an ist, oder? Ja, und ich aus Und was leckt hier dann so krass? Hast du viele Steine rumliegen? Es sind ein paar... 1.000 vielleicht Also es sind nicht so viele Also ja Ja, aber es sind nicht so extrem viele Wo denn? Der Eimer aus nem Ring halt Den ich gegraben habe Jetzt da in die Richtung Alter... Ähm, kannst du die auch mal einsammeln? Nein? Bin zu faul Wenn du? Ja